hallo leute jetzt geht es los die erste tomaten ernte steht an so groß sind die ich nehme auch not die die richtig rot sind der ganze stock ist schwer ohne den bändel hier der komplett runter reißen schaue ich noch auf die andere seite da drin gibt es noch ein paar gute die sind ein bisschen weich und dann sind sie reif genug zum essen mal sehen was da noch so kommt das war's für heute mehr gibt es nicht hallo leute jetzt sind die tomaten auf dem frühstückstisch da und da und ich habe noch einen salat gearmtet mit dressing diesmal das gibt es alles noch dazu bisschen käse auf strich aufschnitt basilikum ist auch von draußen vom balkon und das lassen wir uns jetzt schmecken da bis zum nächsten Mal wie Untertitelung des ZDF, 2020